Wieso bekommst du die, kaufst du dir nicht selbst oder so? Nö, mein Dad hat mich angeschrieben und meinte, yo, willst du morgen ein paar Schuhe kaufen? Ich komm mit und dann, yo, kannst du dir aussuchen. Geh aufs Haus. Dann meinte ich so, yo, die gibt's nicht. Also die kann man nicht so kaufen hier in Hameln. Und dann meinte er, ja, ich schick mir den Link. Dann hab ich ihm den Link geschickt. Und jetzt kommen die nächste Woche Schuhe an. Was vor? Ich bin tot. Mein Gott, Digga. Oh, Digga, ich bin so lange CC'd durch dieses Scheiß-Dings. Oh mein Gott. Und schon wieder, es ist unfassbar, Mann. Lass mich spielen! Ey! Junge, ich war noch nie so lange CC'd in meinem Leben. Honestly. I'll cover, let's go. Enemy at the forklift! Flush out! Flush out! Come. Fixer. Hotpoint contestant! The enemy took the hardpoint. Enemy at the jumpstart. Down. Armbound. Down. Flush out the hardware Hamã. We die in我的 nucleus. Masse der emitted mich' Auf die Flush out die Flush out. Flush out die Flush out die fellas. Problem, wir zerstören. Entröhnen meine Flush out die Flush out die Flush out. Flush out die Flush out die Flush out die Flush. Flush out die Flush. Bro, ich hatte keine Munition mehr. Junge, warum spielen wir gerade Zeit gleich, Mann? Mir gefällt die Position, ich habe gerade gar nichts. Oh, mein Gott. Nein, ich war ein-vor-Gun-Ship. Ich hatte einen Elber-Streak, Mann! Das ist ein-vor-Gun-Ship. Da ist er noch. Nee, nee, nee Nee, nee, nee Oh, schau, schau Nee, nee Nee, nee Ich kriege ihn mir auch nicht so viel geschissen. Ah, Sam. Hey, Digga. Wenn der nicht Thermal spielt, dann hackt er. Der spielt Thermal. Wenn der nicht Thermal spielt, dann hackt er. Oh, nicht Schlutzschwanz gerade. Holyfuckern. Wie scheiße. Das ist der nächste. Guck, warum laufen da eigentlich so viele Leute mit dem fucking LMG rum? Ich weiß es nicht. Der ist ja richtig schlimm, Alter. Die haben einen Gunship. Was? Der steht 12-0. Echt? Nein, ne, warte. Der steht hart für einen Arschwuchtel. An die Waffe, das waren seine Vorräte. Ach so. Wer kennt es nicht? Das ist eine Vorräte. Das würde mich halt die ganze Zeit. Ich glaube übrigens, in keiner einzigen Klasse, äh... Ah, ich kann das nicht mal hinten mit meiner Waffe. Digga, das hackt doch. Was hackt? Wer? Ach, das ist gar kein... Das ist Mutterschiff, Digga. Das ist Gunship. Nein. Doch, das ist Gunship. Das heißt Gunship. Das ist auf jeden Fall viel zu strong. Nein. In Ground Wars ist das viel zu strong. Ich bin neunmal, deswegen hat er gestorben. Nein. Oh mein Gott, Digga. Die verkauf. Enemies in der Cargo-Catainer Ich glaube, ich habe einen H-Ding in die Schlussrichtung aber gelegt Ich habe mich selbst geflasht Ah, Kaya 3-1 by the way Das geht nicht einfach so Ja, aber was du jetzt siehst ist das hier Wo ist dein Fosfor? Hm? Ich habe kein Fosfor drin, ich habe Ganschip drin, hab ich dir gesagt Ganschip ist ja viel easier zu hören Ja, sind ja nur 12 Kills, ne, ja Und Fosfor sind nur, nur 10 Ich warte Ich warte Ich warte Ich warte 3-Kills geben aber auch 100 Punkte 3-Kills geben weniger Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen Nein, 3-Kills geben 100 Punkte und normale Kills geben bisschen mehr Ach so Ah, ich bin Full Flash Angenehm Von hinten Standing Is crews Am N忍 Und Die Rhe. Die Pink Die Ich hab ne Shield Turret, ist das auch als Phosphor? Nein! Nicht? Shield Turret? Warum hast du das? Ja, aber ich hab nicht als Phosphor. Die Waffe ist übrigens, also die, die Waffe ist richtig cool, die er hat. Also die er sich da gemacht hat. Aber der hat halt viel zu wenig Aim Downside. 20. 20.